Nicht auf die Zeit, weil sonst der Bremstein nicht mehr hat, er hat gesagt, okay, also es ist schwer zu pilotieren, dieses Fahrzeug. Aber Riesenapplaus für Walter Bonhoeffer, Ford Mustang, Cobrasjet, 1000 PS, starkes Gefährt hier. Heute bei der Ostiroler Viertmeile am Flugplatz in Niklesdorf. Bei den amerikanischen Dragstar rennen natürlich diese Fahrzeuge der Marke Ford Mustang, Cobrasjet, über 1000 PS, die Startnummer 44, Walter Bonhoeffer aus Dölzach. So, jetzt gibt es einen Riesenapplaus, der ist ein Riesenapplaus, der ist ein Riesenapplaus. So, jetzt gibt es natürlich eine Poffensuche hier mit einem legendären Cobrasjet. Ja, da ist ein Platon dahinter, das ist auch so. Höchste Konzentration natürlich, über 1000 PS gilt es hier zu bändigen. Walter Bonhoeffer und sein Fünfmuster und Cobrasjet bei der Ostiroler Viertmeile das Highlight. Einen Lärm. Mit einem tollen Gefährt hier, das Monsterfahrzeug des heutigen Tages, Ford Mustang, Cobrasjet, über 1000 PS starkes Gefährt. Man bringt natürlich diese Power nicht auf die Piste hier auf die Viertmeile. Applaus für Walter Bonhoeffer. Auslaufstrecke. Mit einer lautesten. Das sieht man nicht alle Tage natürlich bei uns in Osttirol. Solche PS-Monster. Nur bei einer Viertelmeile des Motorsports am Tölschach. Heute die siebte Auflage. Und einmal geht's noch. Riesen Applaus! Aber geht's noch.